Das ist das Rundschirm. Dann muss ich nachher einfach auf Run klicken? Das ist auf Run, ja. Das Rundschirm kann man einstellen. 3 Rundschirm gleich 18.000 Drehungen. Ich glaube ich. Das ist das Rundschirm. Ja, Moment. Bumm! Bleibe Fräser abgelösen. Das Rundschirm war wohl jetzt noch. So. Speichern. Z2. Gut. Jetzt muss man da mal rausschauen. So. 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 Anfahren. 0.5. Damit wir 10 runterfallen. Speichern. 0.6. So. So. Parallelen. Koordinierenden. 20. Siegern. 25. 18. 6. 5. 4. 2. Umzuigern, ich versuche etwas. Das muss man hier rein kaufen. So, dann müssen wir noch ein bisschen die Arran hier So, den nimmst du ja schon auf. Ja, klar. Es gibt ja keine Geheimnisse, keine schönen Geräte, Videos, Hochklang, alles live hier. Mit allen Höhen und Tiefen. So, speichern, x, y, dann. Fahren wir die mal hoch. Ende. Riebe. Guck, wobei da hinkommt. Warum ist die Karte so klein? Ob es da der Patei geruht? Das ist eine gute Frage, ja. Ja. Stimmt. 150, ich tue es erst auf, aber dann kriege ich es soweit. Ich kenne die weiter, als ich sollte. Ist das verloren richtig? Ich habe ihn irgendwo hingekriegt, keine Ahnung. Ich kenne die Schrauben komplett. Ich kenne die Schrauben komplett. Ich kenne die Schrauben komplett. So, das heißt. Jetzt kann ich mit der Schrauben noch ein bisschen entschwingen. Damit mit der schönen Schraube nichts passiert. Ich wollte schon mal immer sehen, wie sich die Schrauben mit 18 Haussumdrehungen aus dem Gewinde raus trägt. Die fliegt weit. So, speichern. Y Y Y So, nun mal aufkommen. Die Schrauben treffen wir nicht. Sonst stimmt. So. Da können wir noch die Parkfunktion definieren. Ganz wichtig. Damit sie nicht mit der Schraube rammelt. Ungefähr da. Speichern. Parkfunktion. So. Werft sich eins an. Vielleicht dort die Wegbrenzen an. Schauen wir sind eine Software. Ja. Die Überwachung. Ich würde vielleicht mit der Referenzrat mal anfangen. Weil ich habe heute noch keine gemacht. Ich habe heute noch alles hart gemacht. Okay. So. Jetzt schmeißt du schon wieder rum. Machen wir den Zapperladen an. Ja, also vom Nebel her würde ich sagen, ist das ganz gut hier. Ja. So. Jetzt geht der Ruhig schon ein bisschen hoch für die Drehzahl an. Ich mache mal kurz an, ne? Machen wir ein bisschen, ja. Ich mache mal kurz an, ne? Ja. Passt nicht. 163. Da war es hier. Was ist es aus? Keine Ahnung. Ja. 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 Dann hört es mal. Ähm. Wir haben jetzt Spaß. Ich gehe. Ja. 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 Ich gehe aus. Ja. 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 Spannungsgeladene Das ist ein bisschen der Wind in Ordnung. Wir haben hier unsere MDE-Küter, hier noch unsere namensschonende Maschine. Können wir uns einfach drüber streiten. Ton und Haupt-KW-Spinsel. Und viel Angst. Und viel Angst. Musik 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 Was ist das? Das war's. 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 Und das ist die kleine Decke. Aber die dürft ihr noch nicht sehen. Die Maschine gibt's noch nicht. So, ich wünsche euch was. Das war's. Euer Mega Plus TV.